Ich möchte aber schon zum Ausdruck bringen, dass es ein ziemlicher Skandal ist, dass der Präsident der Euro-Gruppe, obwohl das Plenum die Konferenz der Präsidenten das einstimmig gefordert hat und obwohl Sie als Präsident des Europäischen Parlaments ihm diesen Wunsch übermittelt haben, dass es der Präsident der Euro-Gruppe nicht für notwendig hält, hier im Europäischen Parlament zu erscheinen, wenn wir über wichtige Fragen wie beispielsweise Griechenland diskutieren. Dieses Verhalten, Herr Präsident, ist inakzeptabel, ist respektlos gegenüber dem Europäischen Parlament und wir bitten Sie das auch gegenüber dem Euro-Gruppenchef zum Ausdruck zu bringen. Das Diplom im Amt ist nicht akzeptabel, aus unserer Sicht sollte er zurücktreten. Honorevole Pitella. Herr Präsident, der Präsident der Euro-Gruppe ist, hat sich nicht gewaltt, dass es nicht gewaltt, dass es der Präsidenten der Euro-Gruppe ist. Das ist die Position des Socialisten Gruppen, das ist die vielen der Socialistischen Liedern. Ich wünsche mir, dass es diese auch die Position des Christen-Demokratischen Liedern, die bis jetzt sind die Wahrnehmung von Dysenbruch. Applaus L'attitude des Präsidenten der Euro-Gruppen, je pense, fait partie des comportements méprisants, on l'a vu à l'égard du public, à l'égard des citoyens, on le voit maintenant à l'égard de notre institution, qui est à la source de l'insurrection d'un nombre de plus en plus grand de citoyens contre les institutions démocratiques. Ich denke, es ist wichtig, und Sie haben es gemacht, dass dieses Parlaments manifesten profondes, mit einer Arroganz, die wirklich keine Saison ist. Und Sie müssen nicht erst warten, dass er von irgendjemandem erzeugt wird. Es ist sehr gut, ich glaube, mit dem Herr Weber hat gesagt, mit allen anderen Kollegen, aber wir können es auch in den nächsten Jahren lösen, indem wir einen permanenten Präsidenten und ein Mitglied der Kommission verantwortlich zu diesem Haus. Danke. Ich denke, es ist ein Problem, der Präsident der Eurogruppe, die nicht zu retten, die die Einwohner, die Europäer, die Europäer, die Europäerinnen und Europäer, der Präsidenten Europäer, die Europäer, der Präsidenten der Eurogruppe, der Präsidenten Europäer, die L'unanimità non accetta un atteggiamento di questo tipo da parte di chi riveste un ruolo tanto importante.